Hallo zusammen, ich begrüsse euch ganz herzlich zu einem neuen Video. Heute geht es für uns auf den Volleyberg in ein Geländentraining, das von unserem Ritverein organisiert wird. Dort ziehen wir drei Trainings, immer am Dienstag. Einmal Volleyberg, einmal NPZ, Bern und einmal gehen wir auf Amor. Ich mache das Training vor allem, weil ich noch ein bisschen mehr Routinen bekommen wollte, um auch noch Volleyberg einen ganz anderen Platz zu sehen, mit einem anderen Trainer, vielleicht andere Sprünge. Und mir geht es vor allem eigentlich um die Routine. R pueblo, gucksache, Ourself-Kauf und cyclicalität, wir machen das Trilateral, schnapp die Routine hoch veintracur. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 So, das war es ja auch schon mit diesem Video. Die haben ja gesehen, was wir so gemacht haben. Es ist jetzt eben auch ein Trainer, den ich so noch nie geredet bin. Und ja, ich gehe vor allem wegen der Routine. Und das ist halt noch so ein recht altmodischer Trainer. Er will halt so alles verändern. Und das habe ich aber nicht so gerne. Ich habe lieber die Trennen, die so in einer Stunde arbeiten wir an den Beinen, in einer Stunde arbeiten wir an dem Rücken arbeiten. Und er will wirklich nach jedem Sprung alles korrigieren. Also, dass ich die Beine ruhig habe, was ich auch weiss. Ich probiere wirklich daran zu arbeiten. Aber nach jedem Sprung, das sage ich. Ich weiss ja nicht. Ich weiss ja nicht. Ich musste weniger weit in die Steigbügel, die schnelle vom Zug um uns auf die andere Seite und innen durch. Und ich musste mehr so reiten und mehr dieses und mehr jenes. Aber wir sind ja wegen der Routine gegangen. Und das haben wir definitiv sammeln. Und ich finde, es ist eine gute Vorbereitung für die CC, die am Samstag ist. Ich hoffe das Video hat euch gefallen und in diesem Sinn tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.